Moin Leute, heute ein extrem schwieriges und heißes Thema und zwar liegen uns sehr sehr schlimme Hinweise vor, dass zigtausende im Umlauf befindliche und hier zugelassene Mikrowechselrichter, also dem allerwichtigsten Bauteil einer Balkonsolaranlage, ernsthafte Probleme haben. Und zwar von chinesischen Herstellern wie zum Beispiel Dai. Und soweit wir wissen, betrifft es auch noch andere. Und betreffen oder Probleme heißt, möglicherweise verlieren diese hier ihre Zulassung und dürfen dann nicht mehr vertrieben und betrieben werden. Das ist eine Katastrophe für die Besitzer von Balkonsolaranlagen, von Händler von Balkonsolaranlagen und auch für die ganze Petition, die wir hier gestartet haben. Also ein beschissenerer Zeitpunkt hätte nicht sein können. Deswegen diese Folge. Was ist dran? Wie schlimm ist es wirklich? Wie geht es weiter? Und beziehungsweise was kann man als eigentlich tun? Und vor allen Dingen, wie kann es sein, dass solche Geräte überhaupt eine Zulassung bekommen haben? Darum soll es heute bei unserer Investigativrecherche gehen, an der auch viele andere YouTube-Kanäle ebenfalls maßgeblich beteiligt waren. Und am Ende liste ich natürlich alle auf und auch unten in der Beschreibung sind alle, die beteiligt waren, aufgelistet. Ja, das Drama nahm seinen Lauf mit der folgenden Meldung der Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur warnt vor mangelhaften Solarwechselrichtern. Okay, was heißt das? Der Text, der da stand, ist verdammt schwammig. Möglicherweise sogar mit Absicht. Deswegen die Frage, worum geht es hier eigentlich genau? Wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig, wir sind nicht in der Bundesnetzagentur, aber durch Informanten konnten wir herausfinden, dass es vermutlich um genau zwei Dinge geht. In dem Text steht es ja auch. Zum einen wird von der Sicherheit der Anlagen gesprochen und zum anderen von der EMV, also der elektromagnetischen Verträglichkeit. Ich möchte mich hier und heute aber auf diesen Sicherheitsaspekt beschränken, denn wir haben hier mehrere Hinweise darauf, um was es hier eigentlich geht. Und die Story ist in meinen Augen wirklich, wirklich heftig. Ja, ein Mikrowechselrichter sollte hier in Deutschland die VDE-Norm ARN 4105 erfüllen. Da stehen einige Dinge drin zum Schutz unserer Stromnetze und was so ein Wechselrichter eigentlich alles erfüllen muss, damit dieser an unserem Stromnetz sicher betrieben werden kann. Die meisten VDE-Normen sind eigentlich gar keine Pflicht im eigentlichen Sinne, aber in diesem Fall haben sich die meisten Netzbetreiber einfach darauf geeinigt, diese einzuhalten. Also praktisch gesehen bedeutet das hier für uns, you need it. Und was ist jetzt das Riesenproblem an der ganzen Geschichte? Es geht um diese Passage aus der Norm. Hier wird nämlich einfach gesagt gefordert, dass wenn ich den Wechselrichter aus einer Steckdose rausziehe oder ein Stromausfall ist, das heißt, es ist kein Strom mehr da von außen, dass dieser innerhalb von 0,2 Sekunden spannungsfrei wird, weil das Ding erzeugt ja Strom und er soll nicht weiter Strom erzeugen. Wenn der Stecker draußen ist, dann könnte ich einen Schlag bekommen oder er würde weiter einspeisen und das soll er natürlich nicht. Eigentlich ist diese Regel eher auf große PV-Anlagen ausgelegt, denn hier wird sogar ein doppelter Kuppelschalter gefordert und so weiter. Ja, für kleinere Balkonkraftwerke wird immer noch von einer galvanischen Trennung gesprochen, also ein echter mechanischer Schalter, sprich ein Relais. Das heißt, der Wechselrichter schaltet einmal den Stromausgang ab über ein Relais und zusätzlich hört er natürlich auch sofort auf, Strom zu produzieren und das macht er eigentlich softwaremäßig oder halbleitermäßig, wie man das jetzt auch immer sehen möchte. Er schaltet aber auf jeden Fall ab, also man hat quasi zwei Schutzeinrichtungen hintereinander. Wenn eine kaputt geht, kann die andere auch noch irgendwie übernehmen. Das nennt sich ein Fehlersicherheit. Das heißt, wenn Stromausfall ist oder der Stecker gezogen wird, muss innerhalb von 0,2 Sekunden der mechanische Schalter die Verbindung komplett kappen und der Mikrowechselrichter gleichzeitig den Dienst einstellen. Das klingt auch eigentlich relativ sinnvoll, ja, das ist nicht dumm. Okay, jetzt schauen wir mal bei dem extrem beliebten Dyson G3 300 Wechselrichter nach. Den seht ihr hier und das ist das Innenleben. So, hier oben müsste eigentlich ein Relais sein, also ein elektrischer Schalter müsste dort sein. Schauen wir mal auf der Rückseite. Oha, da haben wir was. Da ist sogar ein Steckplatz dafür vorgesehen, aber statt einem Relais finden wir hier einfach eine Überbrückung. Was heißt das? Ja, es gibt keins, aber vorgesehen war das Ding schon. Ist eigentlich eine krasse Nummer. Jetzt stellen sich direkt zwei Fragen. Das Ding hier ist doch nach VDE ARN 4105 zertifiziert. Wie geht das? Zweite Frage, wie gefährlich ist das wirklich? Denn die Wechselrichter schalten ja ab, also nicht nur mit dem Relais, sondern sie hören ja auch einfach auf Strom zu produzieren. Wie gesagt, per Software beziehungsweise Halbleiter gesteuert. Ich möchte an dieser Stelle, bevor wir jetzt in die Details einsteigen, noch mal Jens vom Kanal Volt Ampere Lux loben, der uns auf diese Problematik überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Also danke dafür und auch für deine super Arbeit. Ja, woher haben die Hersteller jetzt eigentlich dieses Zertifikat? Denn jetzt wird es spannend. Das ist in meinen Augen nämlich der wirkliche Skandal an der Sache. Denn zum Beispiel der Hersteller geht zu einer Zertifizierungsstelle, wie zum Beispiel dem TÜV, DEKRA, INTERTEK oder sonst irgendwem, lässt sich dort bescheinigen, dass sein Produkt, in diesem Fall der Wechselrichter, die Normen alle erfüllt. Also er geht da hin, gibt das Ding ab und sagt, bitte checkt das und sagt mir dann, ob das Ding ist erfüllt. Ja, nein und wenn ja, dann bitte ein Zertifikat. Die Zertifizierungsstelle stellt dann das Zertifikat aus und der Hersteller darf sich das dann auf sein Produkt schreiben und bekommt dann keinen Stress mit dem Netzbetreiber. So funktioniert das. Okay, also zurück zu unserem Dyson 300 G3. Ihr seht hier das Zertifikat von dem Ding, also im Speziellen den Teil, wo es um dieses Relais geht. Das hat die Firma INTERTEK ausgestellt. Und strollen wir mal runter, dann sehen wir, der Kuppelschalter ist ein Hongfa H115F. Okay, muss man nicht kennen, aber das ist ein Relais. Und das ist genau dieses Relais, um das es geht. Und jetzt überlegen wir nochmal, gucken wir uns nochmal das Bild an. Ist gar keins da. Komisch. Also hat die Zertifizierungsstelle für diesen Wechselrichter bescheinigt, dass dort ein Relais drinsteckt und das er sogar benannt. Aber da ist keins. Was zum Geier ist da los? Im Prinzip gibt es nur zwei Optionen. Entweder hat die Zertifizierungsstelle zum Testen einen Wechselrichter mit Relais erhalten, worauf der Wechselrichter natürlich positiv geprüft wird und danach wurden die vom Hersteller dann ohne Relais ausgeliefert beziehungsweise verkauft oder es wurde nicht wirklich geprüft. Beides wäre eigentlich ziemlich krass in meinen Augen. Denn Dai ist nicht der einzige betroffene Hersteller. Wie genau das alles zustande gekommen ist und was dazu exakt geführt hat, das wissen wir natürlich nicht genau. Also wer jetzt da Schuld hat und so weiter, soweit können wir da leider nicht reingucken. Aber irgendwas ist da echt verdammt schiefgelaufen. Fakt ist aber, das Zertifikat ist so in dieser Form nicht mehr gültig, da die Norm einfach nicht mehr erfüllt wird. Also dürften die Dinger hier eigentlich nicht mehr betrieben werden. Zumindest nicht in Deutschland und Österreich. In anderen EU-Ländern kann das anders sein. Ebenfalls darf man nicht vergessen, dass die deutschen Händler die Teile ja mit der Info gekauft haben, dass die ein Zertifikat haben. Also alles okay. Hey, ein sehr bekannter und betroffener Händler ist zum Beispiel auch Holger Laudelei, den ich die nächsten Wochen auch sehr gerne zu dem Thema mal befragen möchte. Ich vermute mal, he is not amused. Ich denke, das ist gelinde gesagt, eine absolute Katastrophe und zwar in jeglicher Hinsicht. Was man jetzt hier wirklich auch einfach mal sagen muss, ist, dass die Händler hier, glaube ich, echt ziemlich leidtragend sind an der Stelle. Also es ist halt echt scheiße als Händler, glaube ich, wenn man die Dinger da auf Halde hat. So, jetzt aber muss man sich noch eine Frage stellen. Und zwar, wie übel ist das eigentlich physikalisch gesehen? Ja, ich meine, jetzt gibt es viele Normen und manche, klar, kann man natürlich auch in Frage stellen. Auch hier muss man unterscheiden zwischen der Netzsicherheit und der persönlichen Sicherheit. Also kann ich oder im allerschlimmsten Fall jetzt irgendwie ein Kind oder so wirklich einen Stromschlag bekommen, wo ich jetzt sagen muss, das ist natürlich echt scheiße. Fragen wir mal Professor Krauter, denn der hat ja schon einige von den Dingern durchgemessen. Und bevor Professor Krauter uns jetzt hierzu was erzählt, möchte ich hier nochmal auf eine CT-Zeitschrift zu dem Thema hinweisen. Die haben das Ganze nämlich für einige Wechselrichter durchgemessen, also quasi den Stecker gezogen und dann gemessen, wie schnell und ob der Stecker dann spannungsfrei war. Und jeder von den getesteten Wechselrichter hat den Test bestanden. Also so viel jetzt erstmal dazu, da sah es jetzt erstmal gut aus. Also dass man sich jetzt vielleicht keine großen Sorgen um die Sicherheit machen muss. Stefan, was sagst du dazu? Zunächst mal ist es ein ganz starkes Stück, dass die Zertifizierung hier unterlaufen wurde. Das normalerweise, ich kenne das ein bisschen von den Solarmodulen her, haben wir selber mal ein Prüfinstitut gehabt. Da muss man am Schluss Gründe vor Ort Inspekteure haben, die die Prüf-Samples direkt aus der Produktion nehmen und nicht erwarten, dass ein Hersteller einschickt. Wahrscheinlich bei den Wechselrichtern fehlt es noch und dadurch können die tatsächlich die Zertifizierung unterlaufen, dass also die Produktions-Samples anders sind als die Prüf-Samples. Und zum anderen ist es natürlich so, wie gefährlich ist das Ganze jetzt? Wir haben das im Labor mal geprüft. Mehrere Wechselrichter, die schalten alle sehr viel schneller an, als die Norm das fordert. Also daher ist es keine Gefahr. Und obwohl es nicht galvanisch getrennt ist, wir konnten da keine Spannung messen. Also praktisch waren wir überprüft und so. Also wir konnten da jetzt nicht feststellen. Heißt natürlich jetzt nicht, dass es generell sicher ist und so. Aber bei den Samples, die wir hatten, konnte man da jetzt keine größere Gefahr feststellen. Okay, was sollte jetzt passieren? Was sollte man jetzt eigentlich machen? Ich würde jetzt persönlich erst mal sagen, jetzt erst mal cool bleiben und abwarten, was von der Bundesnetzagentur dann wirklich kommt. Denn soweit wir das sehen konnten, schalten die Wechselrichter innerhalb kürzester Zeit ab, auch deutlich unter den geforderten 0,2 Sekunden. Und die Spannung war dann auch weg. Grundsätzlich ist die Funktion also erst mal gewährleistet, zumindest bei den Wechselrichtern, die mir jetzt bekannt sind und die wir irgendwie mal in der Hand hatten. Ich kann aber natürlich nicht für alle auf den Markt befindlichen Geräte sprechen. Und ich bin auch kein Experte für die Netzsicherheit oder persönliche Sicherheit. Kann also nicht abschließend bewerten, inwiefern die galvanische Trennung jetzt irgendwie unbedingt sein muss. Soweit mir bekannt, wird das nicht in allen EU-Ländern gefordert, ganz sicher aber in Deutschland und Österreich. Möglicherweise fehlt uns hier aber auch Information. Die Frage, die man sich jetzt auch wirklich stellen muss, ist, macht es jetzt wirklich Sinn, aufgrund dieser Regel, zigtausende Mikrowechselrichter, welche eigentlich gut funktionieren, zurückzurufen und jetzt einen unfassbaren Aufwand zu betreiben, finde ich jetzt sehr schwer zu sagen halt. Ich denke, das sollte man sehr, sehr gut abwägen. Und die andere Frage, die ich persönlich fast wichtiger finde und die unbedingt geklärt werden sollte in meinen Augen, wie kann es sein, dass diese Produkte ein gültiges Zertifikat ausgestellt bekommen, obwohl die Norm offensichtlich nicht eingehalten wurde? Das ist in meinen Augen eigentlich der wahre Skandal bei der Sache und lässt einen ernsthaft an der Glaubwürdigkeit und auch Sinnhaftigkeit dieser Zertifikate zweifeln. Denn Mikrowechselrichter sind nicht die einzigen Geräte, die solche Zertifikate erhalten. Und die kosten ja auch Geld. Ja, okay. Ein scheiß Thema, ganz ehrlich. Trotzdem möchte ich hier noch einen besonderen Gruß aussprechen und zwar an Jens vom Kanal Volt Ampere Lux, denn er hat uns das ganze DNA-Schutz-Problem als einer der ersten überhaupt auf den Schirm geholt. Also Hut ab dafür, Jens. Zeigt wieder, wie geil unsere Community hier funktioniert. Und ich bin auch nicht alleine. Also das Video ist mit Marc vom Kanal MarkTested entstanden, mit Georg vom Kanal Enercap, mit Felix von Money4Future, mit Christian von der Kanal und natürlich mit Mike von dem Kanal der Fachwerker. Die waren alle dabei und wir möchten euch alle maximal aufklären, denn es geht uns darum, jetzt irgendwelchen übertriebenen Schlagzeilen und News vorzugreifen. Denn bei solchen Themen ist, glaube ich, Sachlichkeit und ein kühler Kopf äußerst wichtig, um irgendwie da eine vernünftige Aussage zu treffen. Und da ist, glaube ich, so ein Haufen Nerds wie wir, das sind genau richtig. Also vielen Dank für alles und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.